Und wo versteckt sich jemand? Ich denke, du solltest rauskommen. Buh! Buh, Buh, Pikabuh! Buh, Buh, Pikabuh! Huse ich, Huse du, Huse Pikabuh! Buh, Buh, Pikabuh! Buh, Buh, Pikabuh! Huse ich, Huse du, Huse Pikabuh! Ich versteck mich unter dem Bett. Ich versteck mich hinterm Vorrang. Wenn du jetzt immer kommst, lass mich dich vor Angst. Buh, 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 Pikabuh! Buh, Buh, Pikabuh! Huse ich, Huse du, Huse Pikabuh! Buh, Buh, Pikabuh! Buh, Buh, Pikabuh! Huse ich, Huse du, Huse Pikabuh! Ich könnte in den Lacken sein, ich kann deine Füßen hohen Wenn du in das Zimmer kommst, für dein Herzschlag auserfen Ich kann hinter der Tür sein, ich kann im Zimmer herumschleifen Wenn du in das Zimmer kommst, bekommst du einen Schock Bin, 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 bin Ah, wo sind die Süßigkeiten geblieben? Ich hätte sie genau hier. Ich bin sicher, es war einer von Ihnen. Oder denen. Oder diesen. Wer klaute die Süßigkeiten, es waren doch viel mehr. Wer klaute die Süßigkeiten, ich werd' dich finden. Spielt sie mal zusammen, niemand war zu sehen. Ich wackert in der Küche, um etwas zu naschen. Ich bin sicher, du warst es oder du oder du. Ich werde wissen, wer, sobald ich eine Annung hab. Wer klaute die Süßigkeiten, da waren rot und grün und blau. Wer klaute die Süßigkeiten, ich werde dich finden. Ich hätte alles eingepackt im Geschenkpapier. Ich dachte, wenn sie ausgepackt sind, werdet ihr klatschen, klatschen. Ich bin sicher, du warst es oder du oder du. Ich werde wissen, wer, sobald ich eine Annung hab. Wer klaute die Süßigkeiten, sie wurden beobachtet. Wer klaute die Süßigkeiten, ich werde dich finden. Schau, hier gibt es eine Papierspur, folgen wir ihr. Sie führt in den Keller, schau mal, was ich gefunden habe. Hier sind die Süßigkeiten, alle gesund und munter. Ich bin sicher, du warst es oder du oder du. Ich werde wissen, wer, sobald ich eine Annung hab. Wer klaute die Süßigkeiten, ich weiß es endlich. Wer klaute die Süßigkeiten, ich weiß, dass du es warst. Wer klaute die Süßigkeiten und geben sie jetzt zurück. Wer klaute die Süßigkeiten und es tut uns sehr leicht. Das Rätsel ist gelöst. Bis zum nächsten Mal. Hallo Monster. Lasst uns alle an Bucht der Monsterfahrt gehen. Hula! Jee! Ha ha ha! Die Monsterfahrt geht buh, 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 buh. Buh, 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 buh. Buh, 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 buh. Die Monsterfahrt geht buh, 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 buh. Durch die ganze Stadt. Hey Zombie, komm an Bucht. Der Zombie im Bus macht buh, 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 buh. Bumm, bum, bum, bum. Bumm, bum, bum, bum. Der Zombie im Bus macht buh, 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 buh. Durch die ganze Stadt. Schau, das ist eine Hexe. Folge uns. Die Hexe auf dem Bergensee fliegt, 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 fliegt. Fliegt, fliegt, fliegt. Fliegt, fliegt, fliegt. Die Hexe auf dem Bergensee fliegt, fliegt, fliegt. Durch die ganze Stadt. Der Wehrwolf, ich hoffe du beißt nicht. Der Wehrwolf im Bus, er heult, heult, heult. Heult, 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 heult. Heult, heult, heult. Der Wehrwolf im Bus, er heult, heult, heult. Durch die ganze Stadt. Diese Mumie braucht eine Fahrt. Je mehr, desto besser. Die Mumie sitzt im Bus, heult. Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm, bumm. Die Mumie sitzt im Bus, heult. Bumm, bumm, bumm. Durch die ganze Stadt. Ich hätte sie fast nicht gesehen, Herr Geist. Der Geist im Bus, er schwebt, schwebt, schwebt. Schwebt, schwebt, schwebt. Schwebt, schwebt, schwebt. Der Geist im Bus, er schwebt, schwebt, schwebt. Durch die ganze Stadt. Da ist jemand, der hungrig ausschaut. Komm an Bord, Herr Vampire. Der Vampir im Bus, er beist, 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 beist. Beist, beist, beist. Der Vampir im Bus, er beist, 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 durch die ganze Stadt. Kürbis, du kannst den Weg erleuchten. Der Kürbis, er blinks, 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 blinks. Blinks, 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 blinks. Blinks, blinks, blinks. Der Kürbis, er blinks, blinks, blinks. Durch die ganze Stadt. Hey Monster, lass uns alle an Bord dem Monster fortgehen. Und das hat Spaß gemacht. Habt ihr von den fünf gruseligen Monstern gehört? Die Nachts auf die Jagd gingen. Nein, sag es uns bitte. Fünf gruselige Monster jagen in der Nacht. Ziemlich hungrig, viel großer Spaß. Mutter Monster rief Jack, Jack. Aber nur wir Monster kommen zu. Oh nein, wo ist das Monster geblieben? Vier gruselige Monster jagen in der Nacht. Vier gruselige Monster jagen in der Nacht. Suchen jemanden, der viel Angst hat. Mutter Monster rief Jack, Jack. Aber nur zwei Monster kommen zurück. Aber nur drei Monster kommen zurück. Mein Gott! Noch ein Monster ist verschwunden. Wo könnte es geblieben sein? Drei gruselige Monster jagen in der Nacht. Wobei der eine nicht mehr lacht. Mutter Monster rief Jack, Jack. Aber nur zwei Monster kommen zurück. Mein Gott! Was für ein dummes Monster! Drei gruselige Monster jagen in der Nacht. Und plötzlich fiel es in einen Schacht. Mutter Monster rief Jack, Jack. Aber keine Monster kommen zurück. Keine Monster! Keine gruseligen Monster jagen in der Nacht. Alle verstanden, was haben sie falsch gemacht? Mutter Monster rief Jack, Jack. Und alle fünf Monster kommen zurück. Yay! Alle Monster sind zurück. Was für ein gruselig glücklicher Ende. Wenn Spielsachen lebendig werden, springen Herr Puppet und seine Frau auf dem Schrank, um gruselig zu schauen. Wenn Spielsachen lebendig werden, springen Herr Puppet und seine Frau auf dem Schrank, um gruselig zu schauen. Puh, 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 puh. Und das macht nicht genug, streiten sie sogar die Zunge raus. Und das not nicht genug, streiten sie sogar die Zunge raus. Puh, puh, puh. Bist du wirklich sicher, dass sie tatsächlich leben? Nehmen sie auch eine Fahrt um den Esstisch herum. Bist du wirklich sicher, dass sie tatsächlich leben? Nehmen sie auch eine Fahrt um den Esstisch herum. Und wenn das nicht genug ist, strecken sie sogar die Zunge raus. Das klingt sicher seltsam, gibt's von denen noch mehr. Die anderen Spielzeugstupfen und dazu schau' ich schon. Das klingt sicher seltsam, gibt's von denen noch mehr. Die anderen Spielzeugstupfen und dazu schau' ich schon. Bist du wirklich sicher, dass sie tatsächlich leben? Bist du wirklich sicher, dass sie tatsächlich leben? Bist du wirklich sicher, dass sie tatsächlich leben? Und das macht nicht genug, strecken sie sogar die Zunge raus. Und das macht nicht genug, strecken sie sogar die Zunge raus. Das macht nicht genug, dass sie sich verändert hat. Welchen확eln Älendet Wir werden Wir können einfach Wir können Musik Was W